was ist der oder ist ja auch level 37 noch halt 0, gar keinen schaden ein bisschen schaden ich muss einfach nur dodgen ok 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 jean macht in der theorie die mit den meisten schaden oh gott oh gott alter wie geil fischl macht natürlich am meisten schaden ok 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 ich muss einfach nur ausweichen ausweichen und dann angreifen sobald ich kann nicht er wird von der reihenfolge auf jeden fall immer schneller was kriegen wir hin in dem wir nicht besiegen auf jeden fall feuer und links punkt ist sehr gut feuer und strom durch elementar schaden ich habe es ein weiterer geschehen Okay. das ist ein bisschen geheilt gerade aber jetzt kriege ich noch immer noch nicht shit das ist diese eine diese eine dingspunkte die ich darf besiegen muss jetzt aber jetzt aber nice ok läuft läuft